Hey Freunde, herzlich Willkommen zurück zu Dyson Sphere Programme. So, wir haben hier im letzten Part ein kleines bisschen verkackt. Der braucht ja ehemaligen Output. Wie lange brauchst du da? Eins pro Sekunde. Der braucht sowieso drei Sekunden, dann geht das schon. So ein Schaß. Komplett verkackt hier, weil das Rezept ja ganz anders funktioniert. Du gehst besser da her und du gehst da her und du gehst da her. So. Dann. Dann brauchen wir noch Grafit. Und... von... Öl braucht ja zwei, okay, das ist ja ganz gut. Das passt schon so. Damit sollten wir das Team fertig haben erstmal. Jetzt brauchen wir nur noch die Materialien dafür. So. Öl ist am Start. Grafit. Kriegen wir hier aber nicht. Demand. Grafit kriegen wir aber hier her. Perfekt. Damit sparen wir sich gleich mal ein bisschen was. Interessant. Ich frage mich, wo wir das hin verschiffen, oder wo das herkommt. Wo brauchen wir das Plastik eigentlich nochmal? Für die Kabeln. Genau. Den Rest haben wir hier schon. Da freue ich mich nur. Wir haben hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Der braucht drei Sekunden für eins. Das ist nicht gut. Auch ist die Frage eben, wie viel Öl bekommen wir hier, wie viel Wasserstoff bekommen wir. Ah, da geht's schon los. Grafit ist da, Plastik kommt. In, naja, nicht allzu großen Mengen natürlich. Deshalb schauen wir mal, dass wir hier vielleicht ein bisschen das Förderband mal gleich verlängern. Weil dann kann das Förderband dabei ein bisschen puffern zumindest. So. Dann machen wir die Fraktioniererlinien. Die kommen hier hin. Genau. Da brauchen wir ein bisschen Platz. 15 Stück. Okay, mehr machen wir erstmal nicht. Schauen wir mal, wie viel wir brauchen. Und wie viel sie produzieren. Das werden wir dann sehen. Gut, wir brauchen natürlich die hier noch. In großen Mengen. Bevor wir das machen, schauen wir mal, ob sich das eh ausgeht. Ah, das... Das können wir sicher knapp abbauen, oder? Yes, passt. Geht's ja aus. Schön kompakt. Ich bin hier entdeckt. Und der letzte. Damit haben wir dann auch gleich mal Deuterium für später. Wenn auch das hier sicher nicht ausreichen wird, weil soviel ist das jetzt auch wieder nett. Hallo, kannst du da vielleicht hinein? Danke. Okay. Go. Dann halten wir es mal auf. So, dann schließen wir den hier an. Und dann müssen wir nochmal das ganze hochfahren hier. Go. Und damit verbrauchen wir. Dann machen wir auch mal den Wasserstoff hier. Ziemlich effizient natürlich. Vielleicht zu effizient. Das wird sich dann weisen. Irgendwann. Deuterium kommt mal an. Kann ich mal in so geringen Mengen. So. Nächster Punkt. Wir brauchen die Kabel. Plastik brauchen sie am wenigsten und das ist am weitesten nach vorne. Na schön. Und der braucht acht Sekunden. So wird das noch gehen. Acht Sekunden braucht der zwei davon. Okay, das passt ja mal. Und Output geht mal in diese Richtung. Bitteschön. So. Dann fühlen wir das ein bisschen noch weiter. Bitteschön. Wir brauchen da fix noch mehr davon. Dann fühlen wir uns. Der ist zu kurz Wie kann ich denn das sagen? Oh, weil wir in die andere Ach, scheiße Ne, warte mal, was? Oh, fuck Verkehr darum gebaut Das stelle ich jetzt erst fest Das geht schön hier dazwischen Fangen wir mal besser auf der anderen Seite an Ah, hier hat noch einer Platz Egal, können wir später auch mal machen So, der braucht noch das da Und Plastik Und Carbon Nanotubes Wir haben da noch Wasserstörer Ah, Deuterium Gut, das hat sich hier mal eingependelt Wir haben genug Auch hier haben wir jetzt nicht den großen Drang Öl ist ebenfalls genug da So Ähm Wird das eh geliefert? Ja, das wird geliefert Passt, Hammer So Wir haben aber jetzt Als nächstes die Nächste Forschung Und was braucht die? Die Prozessoren brauchen wir hier Die werden noch Oh doch, die werden hierher geliefert Okay, dann können wir ja das Ganze hier kompakt halten Hoffentlich Mal sehen So Also Prozessoren Die kommen wir nicht von hier Die kommen wir nur von hier Toll Nicht optimal, aber Dies War die dies Geht mal da her Gelbe Nee, nicht gelbe Forschung Nein, noch nichts runter Sondern Lilane Genau Kannst euch mal bedienen So Oh, und wir haben nicht mehr viel Förderband Sehe ich gerade Das ist schlecht Gut, wir transportieren eh nur mal auf den Momentan Das ist eh erstmal wurscht Durch Und da drüber Und dann Gehen wir da her Genau Easy 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 Und damit steht auch die lila eine Vorschung erst mal. Und damit fehlt uns auch nur noch eine, fehlt uns nur noch die grüne. Das wird jetzt halt interessant, Quantenchips haben wir jetzt nicht in so großen Mengen, fürchte ich. Lassen sie mal hierher liefern. Und da kommen sie auch schon in äußerst geringen Zahlen, 1.000er Ladung, ist jetzt nicht optimal. Wir können dann allerdings Sprayer einsetzen, das werden wir für die auf jeden Fall machen, weil das lohnt sich da sicher. 1.000 ist nämlich nicht viel. Der haut jetzt auch nicht allzu viel raus. Wichtig ist auch, dass wir die nötigen Ressourcen dafür haben. Wir können die natürlich alle erweitern, das ist ja das Schöne an dem System. Wenn wir viel produzieren, nur das, nur für die Forschung, können wir jederzeit einfach noch mehr Türme bauen. Auch wenn da die Struktur vielleicht noch nicht optimal ist, würde ich cool, wenn wir das Ganze in einer Linie pro Forschung hätte zum Beispiel. So eine Linie blau, eine rote, eine gelbe, eine lila, eine grüne. Wenn das Ganze noch besser strukturiert. Aber es wird schon gehen. Es kommt wirklich nur 1.000er Ladung von Quantenchips. Gut, ich meine, kriegen wir zwei raus dann. So, das nächste Problem sind halt die Gravitonlinsen. Diamanten haben wir bereits. Wir brauchen aber Strange Matter, das ist das größere Problem. Dafür brauchen wir wieder das Deuterium. Das produzieren wir, das können wir auch anfordern. Importieren ist nicht das Problem. Jetzt noch mal auch Partikelcontainer. Partikelcontainer sind ein Problem. Unipolarmagneten sind nicht so häufig. Gibt es auch nur bei schwarzen Löchern normal. Glaube ich, sollte ich weiß. Und das andere mit die Turbinen. Grafen haben wir jetzt, glaube ich, auch nicht in so Riesenmengen. Kupfer ist nicht das Problem. Die Turbinen weiße nicht. Ich muss erstmal schauen. Müssen wir ausprobieren. Aber wir haben ja Platz. Platz ist ja hier nicht unser Problem. Deshalb sind wir ja hier. Partikelcontainer. Wir können... Ja, wir probieren das mal. Wir machen Kupfer. Wir brauchen Kupfer. Wir brauchen Kupfer. Wir brauchen Grafen. Wir brauchen... Wir könnten auch Feuereis importieren und das Grafen daraus extrahieren und den Wasserstoff dahinten hinzufügen, falls wir zu wenig haben. Wir brauchen schließlich auch einige Mengen an Deuterium. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, das zu machen. Aber das haben wir mal. Wir brauchen noch die Turbinen. Demand, Demand, Demand. Und wir kriegen keine Turbinen. Das ist schlecht. Scheiße. Dass die hier auch noch zu produzieren, dann ist aber mühsam drin. Wir brauchen nur Motoren und Elektromagneten. Und die brauchen auch wieder Stuff. Shit. Warum scheitert es jetzt an den Turbinen? Ich dachte wir produzieren die. Fuck. Gut. Feuereis kommt wieder. Wie gesagt, dann auch hierher. Hoffentlich. Momentan kommt auch das noch. Gut, okay. Wir haben natürlich noch eine Schwierigkeit zu lösen. Wir brauchen natürlich die hier. Vielleicht sind unsere Schiffe deshalb noch nicht unterwegs, weil sie noch nicht... ...interplanetar reisen können. Das ist durchaus möglich. Aber das werden wir ja gleich sehen. Genau. Feuereis. So. Ich fahre da an zu scheiß mit Betten vorbei. Feuereis wird sicherlich kommen. Genau. Feuereis kommt von Orbital Collectoren. Die bringen uns aber nur Graphen. Das bringt uns nicht wirklich weiter. So. Was wollten wir bauen? Partikelcontainer. So. Partikelcontainer benötigen. Die... Oh. Das ist schon mal schlecht. So. Wir brauchen auf jeden Fall Kupfer. Wir brauchen Kaffeine. Wir brauchen die Turbinen. So. Mal irgendwo in diese Richtung. Jetzt haben wir natürlich keine Förderbänder mehr. Ja. Ah. Dann können wir mal schauen, was aus denen worden ist. Warum kriegen wir hier keine Elektroturbinen? Dann... Verstehe ich jetzt nicht ganz. Oh. Der Part ist dann auch schon zu Ende. Gut. Das schauen wir jetzt noch schnell nach. Und im nächsten Part können wir dann... Ja. Weitermachen. Weiter die Produktion der Partikelcontainer aufbauen. Was... Was war noch? Für die hier Partikelcontainer. Strange Matter. Oh. Ist nicht vorbei geflogen. Deuterium brauchen wir dann noch in großen Mengen. Genau. Das wird dann das... Oh. Shit. Mein Fehler. Partikelcontainer. Für Strange Matter. Da brauchen wir Deuterium und Eisen war es glaube ich. Dann haben wir Strange Matter. Aus das Strange Matter. Mit Diamanten kann man schon die Gravitonlinsen bauen. Das ist gut. Okay. Das heißt wir sind schon relativ nah dran. Was... Was macht er hier? Hä? Was ist das hier? Äh... Ach so. Das ist eine Vorbereitung für die Produktionslinie. Okay. Okay. Alles klar. Verstehen. So. Was wollten wir jetzt? Wir wollten die Elektroturbinen noch nachschauen. Die hier unweigerlich irgendwo produziert werden müssen. Hoffentlich. Klar wir importieren das ja auf unserem Heimatplaneten. Also müssen die irgendwo gemacht werden. Dann... Steht das mal falsch. Oder sind die... Schmelzen. Solarpaneele. Prozessoren. Elektroturbinen. Sind eh da. Wollen sie mich verarschen? Es ist voll das Ding. Die haben auch alles was sie brauchen. Oh. Sind auf Remote Supply. Aha. Remote Demand. Danke. Danke. Nein. Blödsinn. Remote Supply. Passteh. Ja. Dann... Dann weiß ich es nicht. Ehrlich gesagt. Das... Muss man halt im nächsten Part schauen. Woran es hier scheitert. Warum die Logistik hier nicht mehr will. Jo. Also Freunde. Das war es wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage. Bis zum nächsten Mal. Ciao. What the fuck.